herzlich willkommen schön dass ihr heute zu einer neuen runde vom ls 22 weil du west mit netten themen hier im live im chat in der letzten folge minimal in rage geredet jetzt machen wir eine pause thema aktuelle politik kinder eltern die sich um ihre kinder überschaubar gut kümmern und oder gar nicht und sie nachher beschweren warum den kindern der schule nichts beigebracht nicht nicht genug beigebracht wird aber selber wahrscheinlich mit dem kid noch nie buch in der hand gehabt haben also wie gesagt bei uns ist eigentlich standard abends vorm zu bett gehen unsere tochter kriegt ein bisschen geschichte vorgelesen ist sogar mit vier noch zu klein um selber zu lesen aber guckt immer noch bilder und so weiter dann immer mit unser sohn wie sagt es mittlerweile mit sieben dies er die geschichten jetzt vor und ich klicke mich dann ja meistens dann raus und fange dann an zu streamen oder so schnell die hört sich das noch mit an und pech schläfst du selber ein die franken sind da ja vielen vielen dank franken let's play für den raid mit 34 leuten vielen dank die leute seid gegrüßt danke fürs reinschalten wo kommt ihr her wo wart ihr auch wahrscheinlich im ls unterwegs vielen dank moin moin hier beim norddeutschen aber im wilden westen nicht auf der marsch aktuell hier auf der wild west 140 hektar der erste stroh wird hier gerade gepresst ich versuche ein bisschen krampfhaft hinterher zu sammeln vorne arbeiten drei ballen pressen mit kurz bleiben versatz ich komme nicht so richtig hinterher ich habe mir einen kleinen road train zusammengestellt und wir freuen uns gerade über nette aktuelle themen nein ich würde das aber das ist auch schwierig man kann das auch keiner partei pauschal in die schuhe schieben wie es aktuell läuft es gibt halt auch echt wenig politiker die noch aus meiner persönlichen sicht unbeliebter sind als die chefin der grünen und der bundeslügner oder der bundes gedächtnisch wundhabender ich weiß nicht wie man es nennen möchte also ja habe nach dem motto würde ich attestieren stets bemüht lindner wirkt zumindest manchmal noch so als hätte er ahnung auch ne wie sagt partei unabhängig partei ist mir egal ich habe keine wo ich sage oh das ist aber meine favorite partei da bin ich mitglied und die sind die tollsten eines mir egal mich hängt das das ganze auch so ein bisschen mit der person zusammen mit dem feeling ob die person ahnung hat oder ob die person tatsächlich auch ahnung hat und wie sagt bei der grünen chefin habe ich das gefühl die gar keine ahnung so geht mich gerne vielleicht gibt es ja einen von euch der die meine die hat richtig ahnung weil das und das hat die schon geleistet das und das hat die schon gemacht und das weiß sie richtig gut wie gesagt habe ich weiß ich nicht auch bei cdu märz oder wie auch immer der sich dahin vorbeweis ich nicht bei dem habe ich jetzt auch weiß ich nicht was hat der hat aber schon irgendwas mal geleistet oder ich kenne die biografie jetzt nicht und daher aber keine ahnung auch egal genau das ist auch so firefighter das ist auch so nach dem motto alles jetzt nur die haben wir haben es ja mit verbockt und wie ich aber auch vorhin schon sagte uns geht es ja nicht schlecht also wir meckern auch ein bisschen auf hohem niveau natürlich ächzen wir alle über immer höhere steuern immer höhere abgaben auf der anderen seite wollen wir aber auch immer mehr verdienen was zur folge hat das ist die typische los lohnpreisspirale die schon gibt die kurz mal weil es ein bisschen doller war in der hyperinflation die wir mal hatten mit 17 prozent keine ahnung natürlich dann sehr sehr immer medien präsent war aber die gibt es schon immer überlegt doch mal und das merken werdet ihr euch an euren eigenen geldbeutel merken sofern ihr regelmäßiges einkommen habt guck mal was ihr vor 15 jahren verdient habt wo es gerade so auf die euros losging also so bei dem wechsel von dem mark auf euros guck mal wie viele da verdient habt in euros und guck mal was ihr heute verdient und natürlich ist auch folgedessen alles andere teurer geworden natürlich sind auch die gehälter der lehrer und so weiter und so fort der polizeibeamten und so weiter nicht auf dem niveau stehen geblieben wo sie vor 15 jahren waren das hat sich alles weiter gedreht das ist nicht wenig wie sich das gedreht hat in den letzten jahren gerade durch diese krassen inflationsgeschichten zwischendurch und generell und die lohnerhöhung gerade diejenigen die tarif beschäftigt sind das sind ja jetzt auch keine kleinen gehälter die da bezahlt werden also ich finde schon dass ich das ganz schön also wenn man auch gar nicht so weit zurück gucken ob man hat doch deutlich mehr als vorher also die meisten zumindest vielleicht nicht jeder werde ich sagen ich meine bei mir kommt noch ein bisschen weitere qualifikation über jahre dazu die das ein bisschen noch gepusht hat aber wenn man so will verdiene ich jetzt mehr so komme ich da nicht wieder rein wie gesagt ein bisschen fortbildung und so weiter dazu dass ich auch eine höhere posten habe aber wenn ich mir das anguckt 15 verdiene jetzt auf der teilzeit stelle mehr als vor 15 jahre vollzeit wie gesagt das ist jetzt wahrscheinlich bei jedem so ist klar wie gesagt bei mir kommt noch zusätzliche bildung dazu andere positionen und so weiter und so fort aber trotzdem bei vielen wird es so sein dass wenn sie jetzt mal 15 jahre zurück gucken ich sag mal als beispiel vielleicht damals 2000 euro brutto hatten und heute 3000 brutto oder so als beispiel nur mal um irgendwelche zahlen raum zu werfen natürlich ist auch der lebensunterhalt gestiegen auch wenn ich drüber diskutieren alles ist gestiegen vielleicht gibt es ja auch was was nicht gestiegen ist aber ich glaube da fällt uns wenig ein und ich sag einfach nur wir haben viel zu viel von diesen politikern und das kostet halt zu viel sinnloses geld und da können wir wirklich sparen die hälfte tut es auch dann können die weiterhin kompetente ironisch politik machen aber vielleicht macht es nur noch die hälfte der leute das glaube ich schadet keinem und wir sparen ohne ende geld ja ich also meine persönliche verdienst hängt tatsächlich auch hinter der inflation rechnet mal die inflation tatsächlich hoch das ist der da kommt ja der zinseszinseffekt nach dem motto zum tragen immer 15 jahre zurück oder 16 oder wie auch immer guck mal wie viel das war und die inflation gerade in den letzten vorletzten jahren ich kenne es natürlich aus der gebäudeversicherung ist es ja ganz extrem was es heute kostet ein haus zu bauen wir als versicherung müssen ja immer darauf achten müssen ja dementsprechend auch immer die versicherungssumme die beiträge anpassen ist ja nun mal einfach so das ist ja nicht so dass irgendwie das ist halt einfach so damals hast ein haus gebaut für 1500 auf dem quadrat heute brauchst du 3000 euro auf dem quadrat nur die hier baukosten den ganzen muss ja auch noch hier alles in alten quatsch muss auch im zweifel noch in sorgen nach dem schaden deswegen die sag uns geht also den meisten von uns geht es ja nicht schlecht pauschal wüsste nicht in welchem land einem das denn so jetzt wirklich besser gehen würde meckern tun wir deutschen meistens auf einem hohen niveau und jeder will immer gerne mehr ich sag trotzdem wie gesagt die hälfte der schlau redenden menschen könnten wir uns sparen weil dann reicht wenn die andere hälfte schlau redet und dann sparen wir schon eine ganze menge geld was sind in andere baustellen investiert werden kann vielleicht fahrradweg in deutschland na die gehaltsschraube dreht sich genauso wie alles andere sagt man aber das hast du vor zehn jahren auch schon gesagt das hat man vor 15 jahren auch schon gesagt oh das geht aber nicht ne irgendwie funktioniert es denn trotzdem das problem ist dass er dann irgendwann die wirtschaft nicht mehr so richtig funktioniert weil durch die ganzen behördlichen geschichten und so weiter und so fort einfach das ausland ja viel zu günstig produzieren kann und wir in deutschland viel zu teuer sind das sehe ich dann eher als problem das heißt jetzt autoindustrie dass die ganzen autos wahrscheinlich fast nur noch alle aus china kommen und nicht mehr in deutschland das wird wahrscheinlich eher das problem werden mal umdrehen waren wir gleich näher zu den ballen pressen aber ein paar schönere bilder wenn man immer bei den ballen pressen ist jetzt haben wir jetzt gut hier so weit weg ist davon ja reden ist silber was tun ist gold das stimmt deswegen sage ich ja man braucht in der politik auch leute so macher leute die auch irgendwie schon was geleistet haben nicht welche die halt ein studium gemacht haben ist halt ein studium zu machen ist für mich jetzt noch nicht so richtig was geleistet haben schön und gut wenn man es gemacht hat wäre für mich jetzt aber keine grundvoraussetzung zu sagen dass man das nur mit studium erfolgreich in der politik sein kann ich soll gleich nachher zu spät schade dass die beiden immer schon kollisionen die beiden immer schon in dem moment kollisionen haben jetzt könnte man das ein bisschen besser aus hier aus loten wo man die beiden ablädt so ich ticke einmal die trailer durch reset und arbeit arbeit reset und arbeit reset und arbeit joo ja also es läuft ganz viel falsch das wird auch nicht gut geplant sie energiewende am besten ja wir wollen noch mehr windmühlen ja toll idee vielleicht mal überlegen was man mit dem ganzen energie macht zu den zeiten wo halt viel wind ist und viel sonne gerade hier in norddeutschland ist ja echt nach dem motto wir produzieren so viel strom den wir nicht verarbeiten können wenn sonne scheint und der wind weht durch die großen photovoltaikfelder und durch die windmühlen haben wir hier oben so viel strom dass es verschenkt werden muss dass man ja teilweise sogar noch geld drauf zahlen muss damit der strom überhaupt abgenommen wird anstatt irgendwelche tollen ideen sich zu überlegen und zu fördern und da wirklich auch zu fördern heißt auch richtig geld mal in die hand zu nehmen und irgendwas zu unterstützen dass da irgendwelche großen speicherkapazitäten aufgebaut werden und damit meine ich jetzt nicht dass man sich da 1000 e-autos hinstellt die man aufladen und wieder abladen kann so nach dem motto wir haben jetzt kein riesiges gefälle aber man wird ja trotzdem irgendwo irgendwie was irgend so was machen können müssen theoretisch damit man dann eben den strom nachts wenn man ihn braucht abgreifen kann und nicht tagsüber wenn wir zu viel haben aber hauptsache noch ein paar mehr windmühlen genehmigen und noch ein paar mehr bauen das wird ja also wir haben aber wieder so viele neue windräder geworfen ja glückwunsch leider nicht ganz nachgedacht das bringt nämlich gar nichts weil in denen die die jetzt neu gebaut worden sind bewirkt eigentlich nur das andere andere abgeschaltet werden damit ist nichts gewonnen also gar nichts so ja ist krass deswegen ist es krass die leute und da sei ja braucht man macherleute die einfach voran präschen und sagen so wir machen jetzt und dieses rumgeeierres ja die maut entzahlen wir mehr wir sollen ja weniger ich meine es macht schon sind teilweise ein bisschen maut zu bezahlen das haben die länder rundherum auch weil ja auch unsere unsere straßen von von vielen urlaubern zum beispiel benutzt werden die dänen hier bei uns sie würden uns im nord noch mal also richtig geld bringen ständig sind hier dänen unterwegs in anderen regierungen wahrscheinlich holländer oder weiter unten die schweiz oder österreich ja keine ahnung was aber wenn man in die schweiz fährt oder österreich braucht man doch auch diese winetten oder so ne zahlt man doch auch irgendwas also das finde ich gar nicht pauschal verkehrt aber klar in dem moment werden sie das zusätzlich machen und nicht sagen oh ja komm ne du hast ja hier schon das bezahlt an maut da zahlst du weniger steuern ja genau also weniger kfz steuer bestimmt also übernervig habe ich ja erzählt ne hier bei dem steinschlag eine frontscheibe kaputt also die woche lief ne brauchen eine neue frontscheibe kann man nicht reparieren der splisst ist zu weit außen Scheibe ist jetzt bestellt aber die werkstatt hat erst übernächste woche Zeit guck mal ein bisschen ne nervig ist nervig nervig aber der Widerruf des Rasenmeers hat funktioniert um mal ein paar andere Themen auf den Tisch zu werfen also die haben jetzt wohl eine Spedition beauftragt zum zum abholen des Rasenmeers ich muss das Paket jetzt nochmal ein bisschen tapen also hier ordentlich zukleben da alles wieder verpacken und dann ja können wir das abholen Computerwiderruf hat auch alles funktioniert also der Computer ist in Polen angekommen und auch bestätigt und auch da hat der Widerruf funktioniert da hast du echt Panik ne wenn du da sind solche Summen von echt das sind ja horrende Summen im Raum der Rasenmeer nicht aber der Computer ne und wenn es nachher heißt du hast deinen Computer zwar zurückgeschickt aber die 4090 war nicht mehr drin oder ne die 4090 ist kaputt oder was auch immer nix ein bisschen blöd kommst du ins Schwitzen aber gut alles funktioniert passt und ne die Forderung ist gecancelt die neue Forderung von Mindfactory ist bezahlt also ein neuer Computer kann gebaut werden wird hoffentlich auch gerade gebaut und Gestresstests und morgen wird er wohl nicht auftauchen heute Nachmittag wohl auch noch nicht aber vielleicht einfach nächste Woche mal gucken ja GZ die haben wir ja seit immer diese Gebühren wegen zu schnell im Auto fahren oder falsch parken ich war doch unzufrieden mit der Lautstärke hast du noch gar nicht mitgekriegt Firefighter warst du so wenig am Start in letzter Zeit was ist da denn los ne dieses MSI Komplettpaket mit der 4090 und dem i14900K der war mir zu laut der Düsenmotor so nach dem Motto die war vielleicht auch nicht richtig eingestellt vielleicht war auch der Lüfter defekt keine Ahnung dass der Computer ein ganz bisschen lauter ist als mein jetziger damit habe ich gerechnet aber nicht so viel lauter ne also der war deutlich zu laut und auch die Kommentare dahingehend dass wahrscheinlich die Wasserkühlung für eine für den CPU nie ausreichen wird der dann immer auf Volllast dreht so nach dem Motto damit er den CPU runter kühlt also dem Prozessor das ist ja dann auch Schmutz ich habe mir jetzt selber was zusammengestellt bei Mindfactory so ein bisschen schlau gelesen ein bisschen auf Erfahrung anstatt eine 4090 wird es dann halt wie ich vorher auch schon sagte nur ne von wegen nur ne eine 4080 was auch schon super gut ist also völlig ausreichend mehr als genug und top Spielperformance und hast du nicht gesehen 4090 ist da auch ja auch wenn ich jetzt gerade nebenbei aufnehme und rendere und das ja auch über die Grafikkarte läuft ist das bei LS ja trotzdem nicht irgendwie ansatzweise ne selbst meine 3080 die ich jetzt drin habe ist ja nicht ansatzweise aus also die sind lieber 100% auch hier auf der 16-fach nicht und dann habe ich jetzt mir alles mögliche selber zusammengestellt be quiet Gehäuse be quiet Netzteil extra ein paar be quiet Lüfter und luftgekühlt be quiet Dark Rock 5 Pro oder so heißt das Ding kein Intel sondern ein AMD aufgrund der Anteil Intel Probleme und der AMD 7950 X3D auch ein man kann es ja nachlesen ein Top Prozessor einfach ist nicht nur in Spiele X3D ist ja überwiegend auch für diese super Spielperformance sondern auch in Anwendungen und Anwendungen ist für mich ja eben wichtig im Modding ne brauchen schnell einen Prozessor damit schnell Bildbearbeitungsprogramm geöffnet wird mit der Giants Editor schnell geöffnet wird und so weiter und so fort jo ein gutes Mainboard mit ausreichend Kühlung ausreichend Anschlüsse ohne jetzt übertrieben teuer zu sein und von daher verpasch ja die müssen ja das Geld wieder reinkriegen weil der Kraftstoff so günstig geworden ist Leute ich habe jetzt für 148 Diesel getankt ich meine ne bei einigen von euch vielleicht auch ja ja bei uns ist es noch günstiger aber doch so schon ne da wird die Politik sich schon ein bisschen ärgern die haben sich glaube ich mehr gefreut als Diesel noch 2€ gekostet hat weil da haben sie natürlich den Steueranteil wie ein anderer schnack ne bei Impressen sind schon wieder so weit weg irgendwie weiß ich auch nicht komm na ne nicht so richtig gut hinterher ich hätte mal machen sollen das wäre ach das wäre eigentlich auch geschickt aber ne ich bin eine Multiplayer ich hab ja hab als Multiplayer gehostet weil mein Sohn ja noch mitgespielt hat vorhin ach so ein bisschen ich hätte jetzt gedacht sonst hätte ich mir ein Follow me einfach nehmen können nimm den LKW mit aufladen und schick dir einen Versatz 5m oder so dann sammelt der mal automatisch die nächste Reihe mit ein aber ja das will ich jetzt speichern Spiel beenden und neu laden nö nein 5090 brauchst du ja auch nicht wofür 4080 ist ist mega gut mega ausreichend wie gesagt auch meine jetzige 3080 ist nicht aktuell eine Leistungsgrenze was man schon gemerkt hat bei solchen Spielen die die so wie Entschrouded oder so ne da da kam meine Technik dann schon ans Ende aber ich glaube das war auch der Prozessor gerade wenn man die Map aufmacht und so ne oder City Skylines da bin ich auch nochmal gespannt wie das wird mit dem mit dem neuen Prozessor und der neuen Grafikkarte weil da war mein System ja auch am Ende dass das keinen Spaß mehr machte dann bei der Größe der Stadt ja das ist wie gesagt ich glaube wir haben alle noch nicht so das Patient Rezept vielleicht mit dem Strom weil die Leitung einfach nicht reichen und den ganzen Strom geschickt auch zu verteilen natürlich muss man natürlich braucht man schon so ein bisschen Industrie denn auch in den Bereichen wo die wo der Strom erzeugt wird also ich sag mal so ein Tesla Werk hin oder her hätte vielleicht dann irgendwie in Norddeutschland noch ein bisschen mehr Sinn gemacht vielleicht weiß nicht ob die da ne ein Hinblick auf wo der Strom produziert wird das andere ist ja dieses Perplexe ne macht so wenig Sinn alles und dann können wir hier wieder ein paar Ballen hinlegen wie gesagt ich denke das einzige was nachher Sinn macht hier einfach schnell ein Heizkraftwerk hinsetzen und alle Ballen über das Heizkraftwerk verkaufen und gut ist eigentlich etwas als für die 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 Bis zum nächsten Mal. So, wieder einmal durchresetten, Z, 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 Z. Na, ist er da? Ja, ja. Na, wohnen nicht. Das heißt? Ja, aber schon. So, Ende der Folge. Bis gleich. Vielen Dank und tschüss. Bis gleich. Untertitelung. BR 2018